So, you like playing board games? Exacting! Willkommen auf dem YouTube-Kanal Exacting Games. Heute spielen wir eine Partie Jump. Grün nützt die benachbarten Spielsteine und springt drei Felder weit. Gelb tut dies ebenso. Aufgrund des grünen Dreiecks kann Gelb noch ein Feld vorrücken. Grün schaut sich diese Taktik von Gelb ab. Mit dem nächsten Zug nützt Gelb gleich zweimal die gegnerischen Steine aus und kann somit fünf Felder gut machen. Grün überspringt dank des gelben Steins zwei der eigenen Steine. Jedoch übersieht Grün eine weitere Zugmöglichkeit. Mithilfe eines gegnerischen Steins rückt Gelb vier Felder vor. Grün springt über seine eigenen Figuren. Gelb tut es Grün gleich. Grün fährt mit der vorherigen Taktik fort. Gelb zieht zwei Felder vor. Grün überspringt zwei Figuren. Spieler Gelb nutzt einen einzelnen Stein des Gegners und rückt vier Felder vor. Mithilfe des gegnerischen Steins rückt Grün zwei Felder vor. Gelb rückt vier Felder vor, übersieht jedoch zwei weitere Zugmöglichkeiten. Grün nutzt einen gegnerischen Stein und zieht drei Felder weit. Gelb springt mit seinem Dreieck vier Felder weit. Grün springt über zwei eigene Steine. Mithilfe zweigegnerischer Steine kann der gelbe Stein fünf Felder weit ziehen. Mittels des gelben Steins zieht Grün zwei Felder weit. Mithilfe eines grünen einzelnen Steins kann Gelb vier Felder vorrücken. Grün macht durch zwei einzelne gelbe Steine vier Felder gut. Gelb macht mit seinem letzten Stein einen einfachen Zug. Grün springt über zwei eigene Spielsteine. Gelb rückt wieder mit dem letzten Stein auf. Grün bringt einen weiteren Stein ins Zielfeld. Damit sich dies nicht wiederholt, macht Gelb diesen Zug. Grün macht einen einfachen Zug. Der gelbe Stein rückt vier Felder ins Zielfeld vor. Durch den einzelnen gelben Stein rückt Grün zwei Felder vor. Gelb überspringt zwei seiner eigenen Steine. Aufgrund dreier gegnerischer Steine in einer Spalte und einem einzelnen Stein zieht Grün fünf Felder weit. Gelb macht einen einfachen Zug. Grün überspringt zwei eigene Steine und übersieht eine weitere Zugmöglichkeit. Gelb springt mit dem Quadrat zwei Felder weit. Grün zieht zwei Felder weit. Gelb bringt sein Dreieck ins Zielfeld. Hat zwar coole Crocs an, aber übersieht einen weiteren Zug. Grün zieht dank gegnerischer Steine vier Felder weit, übersieht aber eine weitere Zugmöglichkeit. Gelb zieht mit einem weiteren Stein ins Zielfeld. Grün zieht mit dem letzten Stein fünf Felder weit. Gelb zieht einen Stein nach vorne, übersieht dabei eine Zugmöglichkeit. Grün zieht in die letzte Reihe des Zielfelds. Gelb überspringt zwei seiner Figuren. Grün zieht hier. Dadurch kann Gelb zwei Felder vorrücken. Grün zieht zwei Felder. Gelb zieht mit einem Quadrat drei Felder vor. Grün zieht mit der letzten Figur nach. Gelb bringt eine Figur ins letzte Feld. Grün rückt nach. Gelb zieht ins letzte Feld. Grün rückt wieder nach. Gelb zieht wieder eine Figur ins letzte Feld. Grün zieht ins Zielfeld. Gelb bringt seine letzte Figur ins Zielfeld und gewinnt somit das Spiel. Exacting. Vielen Dank.